Ja, mein Betrieb besteht aus sechs Mitarbeiter. Davon sind drei Gesellen, drei Lehrlinge. Wir haben hier zusätzlich noch eine Bürokraft bekommen hier vorne und ich mache die Kundenannahmen. Unser Betrieb gibt es mittlerweile seit knapp drei Jahre und sind eine komplett freie Werkstatt. Automatikgetriebespülung macht Sinn, weil das Automatikgetriebe sehr stark mit Schmutz und Abrieb belastet wird in den Ölen und diese Öle halt regelmäßig müssen getauscht werden. So einen reinen Tausch von einem Automatiköl macht in dem Moment keinen Sinn, weil es bleiben Restölmengen im Getriebe drin. Deswegen empfehlen wir in unserem Betrieb eine Getriebeölspülung, womit man sämtliche Reststoffe und Ablagerungen aus dem Getriebe ausgespült kriegen. Also wir hatten vor drei Jahren direkt, wie ich den Betrieb angefangen habe, mit dem Ölspülen angefangen. Investitionskosten hatten sich in etwa zwischen 4.000 und 5.000 Euro bezogen. Durch die Fuchs-Sumpfition konnten wir das um die Hälfte verkürzen, auf ca. 2.500 Euro. Also die Amortisierung von dem Gerät war ca. 20 bis 25 Spülungen. Das war in meinem Fall ca. ein Jahr. Wir konnten uns ein separates Geschäftsfeld damit aufbauen und uns von den anderen Werkstätten abheben. Für mich hat es ab der ersten Spülung gelohnt, weil der erste Kunde ist vom Hof gefahren. Er war super zufrieden mit der Spülung. Das Ergebnis war toll. Er ist absolut begeistert gewesen von dem Gesamtergebnis der Spülung. Meine Meinung gehört eine Getriebespülung zum modernen Unternehmen dazu. Es ist eine zusätzliche Standsäule im Betrieb. Ich kann dem Kunden ein zusätzliches Portfolio mit anbieten. Der größte Werbeeffekt ist in dem Fall meine zufriedenen Kunden, die es an Freunde weitererzählen, wie klasse so eine Getriebespülung funktioniert. Also ich habe mit Fuchs den perfekten Partner für mein Werkstattgeschäft gefunden. Die tägliche Anforderungen, die Kunden vis-à-vis mir stellen, kann ich mit Fuchs komplett abdecken. Von Motoröl, Getriebeöle, mittlerweile Servoöle sind komplett mit abgedeckt und Kühlflüssigkeiten. Ich empfehle es auf jeden Fall weiter. Die Nachfrage wird immer weiter steigen. Und noch dazu zu einem modernen Werkstattkonzept gehört eine Automatikgespülung dazu, um einfach dem Kunden auch eine anständige Wartung und gleich eine anständige Problemlösung anzubieten. Also mich hat das Gerät absolut überzeugt. Allein einfache Bedienung, robustes Gerät, keine Elektronik dran, einfach nur Luftanschluss anschließen und man kann mit dem Gerät loslegen. Absolut perfekt für den Werkstatt-Einsatz. Das Gerät ist ein Schmerz. Das Gerät ist ein Schmerz. Ja, das Gerät ist ein Schmerz.